hallo und willkommen zurück zu erstes ich bin miriam ich mache videos über minimalismus und heute reden wir über das buch von robert ringham das gute leben wie sie trotz ihren ihres öden jobs glücklich sein können und zwar ist das die fortsetzung seines ersten buches das da heißt ich bin dann raus oder so ähnlich wie heißt es moment lasst mich nachgucken ich bin raus wege aus der arbeit dem konsum und der verzweiflung und ich habe mir eingebildet dass ich dieses buch irgendwann mal rezensiert habe habe ich aber anscheinend nicht zumindest finde ich das video nicht mehr aber ich habe mittlerweile auch schon über 300 videos online also kann gut sein dass das da irgendwo verloren gegangen ist wie dem auch sei wir sprechen heute mal über sein zweites buch was ja gewissermaßen eine fortsetzung ist das gute leben besteht aus drei teilen im prinzip auch wenn das im endverteichnis ein bisschen anders aussieht einmal eine etwas längere einleitung wo er auch seine philosophie erklärt und warum er wieder in einem normalen job gelandet ist dann gibt es ein teil über arbeit beziehungsweise den arbeitsplatz und ein teil über das zu hause beziehungsweise die freizeit das ganze beginnt mit einem manifest das sind sozusagen seine thesen über arbeit freizeit konsum zum beispiel ist die erste these wir arbeiten weil wir müssen nicht weil wir möchten wir schämen uns nicht für faulenzen wir streben nach einfachheit und minimalismus das sind halt thesen die er im laufe des buches dann erläutert also im prinzip ist das buch eine ausarbeitung dieser these fangen mit der einleitung an und damit auch so ein bisschen kommen wir zurück auf sein erstes buch denn im ersten buch geht es darum sich aus den ketten der arbeit des konsums zu befreien und sozusagen mit so wenig arbeit wie möglich ein möglichst glückliches leben zu führen und seine methoden sind halt minimalismus mit wenig auskommen kleinere wohnung nicht die arbeit als erfüllendes daseins form erleben ja das sind sozusagen die thesen aus dem ersten buch und die erklärt er auch noch mal in der einleitung gutes leben besteht für ihn aus dem ersten buch und die erklärt er auch noch mal in der einleitung aus freundschaft gesundheit zeit für sich selbst kreativität liebe beziehung da alles dinge die halt nicht viel kosten und die man mit wenig erreichen kann mit einer gewissen genügsamkeit und seine antithese dazu ist halt dass lohnarbeit konsumgesellschaft kapitalismus dass das schlecht ist die stehen im guten leben entgegen weil sie uns halt in der abhängigkeit drängen wir müssen dann halt um unsere schöne wohnung zu bezahlen arbeiten gehen oder um unser fahrzeug zu bezahlen wie auch immer also das versuchte zu vermeiden stattdessen versucht er ein gutes leben zu führen nach seiner definition da muss man auch dazu sagen auch wenn es bei ihm nicht auch vorkommt aber er hat im prinzip nichts gegen arbeit an sich sondern es geht um die lohnarbeit arbeiten um was für die gesellschaft zu tun das ist in seiner welt vorbildlich und so sollte es auch sein und er hat was gegen diese ganzen bullshit jobs verwaltung marketing sowas so wie kommt es nun dass der gute bob wieder in die lohnarbeit musste nachdem er vor ein paar jahren so elegant geflohen war er hat mich einer gewissen ironie es liegt vor allen dingen an den eingewanderungs gesetzen in großbritannien er selbst ist brite seine frau ist kanadierin und irgendwie musste er einen job oder ein regelmäßiges einkommen nachweisen und deswegen musste er sich für anderthalb jahre ja anderthalb jahren nur wieder in die lohnarbeit begeben damit die beiden ein visum kriegen für ihren aufenthalt und wie die umstände das so wollen und das karma hat er wieder den selben job angenommen wie vorher nämlich ein job auf der betoninsel wie er das nennt und das ist das erste mal wo man sich so fragt okay warum jetzt also weil ja er musste wieder arbeiten aber er hätte ja irgendwie alles machen können was ihm nur genug geld bringt und nach seinen Thesen ist ja sagen wir mal jemand der im altersheim arbeitet oder als bibliothekar das ist ja sozusagen das ist eine positive arbeit warum hat er nicht zum beispiel altenpflegehilfe gelernt und arbeitet im altersheim also da fragt man sich auch okay warum bist du dahin zurückgegangen in diesem bullshit job und beklagst dich dann das ganze buch darüber meine these ist ja persönlich mal abgesehen davon dass er da natürlich jetzt genug material für ein weiteres buch hat er wäre meine these dass er auf solche arbeit wie klempner oder altenpflegehelfer keine lust hat möglicherweise hat auch kein talent man weiß es nicht aber ich denke er hätte diesen job nicht annehmen müssen und gut aber persönliche entscheidung hat uns ja schließlich auch dieses buch gebracht es geht weiter mit dem kapitel über arbeit beziehungsweise den arbeitsplatz das ist zweigeteilt das ist einmal lässt er sich darüber aus wie schlimm lohnarbeit ist dass man präsent sein muss dass man an arbeitsplatz keine privatsphäre hat dass es keinen guten einfluss auf die gesundheit hat die schrecklichen kollegen und überhaupt die entfremdung von der arbeit und im zweiten teil geht er darauf ein wie man seine acht stunden arbeit und den arbeitsweg am besten verbringen kann ohne wahnsinnig zu werden das sind so eine mischung von strategien von legal und legitim bis etwas shady er fängt halt an mit so sachen wie ja dass man die mittagspause zelebrieren soll und geschickt urlaub nehmen soll dann geht es aber auch so weiter mit so sachen wie krankfeiern andererseits auch so was die teilzeitarbeit oder halt die arbeitszeit komprimieren dass man zum beispiel nicht fünf tage acht stunden arbeitet sondern vier tage zehn stunden dass man home office macht dass man sabbat ja macht ja also das sind alles strategien die man kennt die hier aber noch mal zusammengefasst sind was mir an diesem kapitel nicht gefallen hat war gar nicht mal so sehr inhaltlich was er sagt sondern wie er sagt nämlich wie er über die arbeit spricht sehr abwertend verteufeln von oben herab sehr arrogant redet er auch über seine kollegen und er stellt sich so ein bisschen da als wäre er so der erleuchtete der halt diese großartigen ideen hat und jetzt sich leider herab lassen muss um arbeiten arbeiten zu gehen aber das ist eigentlich gar nicht so sein plan sondern er hat halt den den richtigen plan er hat den durchblick und seine kollegen sind alle dumm und eingebildet und verstehen das alle nicht und beschreibt sie so richtig abwertend auch so körperlich abstoßend und bestenfalls hat er halt mitleid mit leuten die halt durch die arbeit gebrochen wurden und ich muss einfach sagen warum macht er das also ich kann verstehen dass er das system nicht mag aber wieso redet er so schlecht über seine kollegen ich hatte auch schon jobs wo ich sagen muss ja ok löly job aber eigentlich das was den job immer rausgerissen hat das waren halt die kollegen und ich frage mich warum kann er keine empathie für diese leute aufbringen vor allen dingen er will ja mit diesem buch leute von von seiner art von seiner lebensphilosophie überzeugen wieso nicht die kollegen wieso sind die kollegen davon ausgeschlossen und wieso werden sie so abwertend beschrieben also wenn ich mich in seinem buch wieder finden würde ich glaube ich würde ihn mal besuchen und dann würde ich ihm sein buch auf die zwölf geben weil das ist finde ich nicht in ordnung das ist auch so eine sache er er beurteilt die so wie er sie auf der arbeit erlebt aber er zum beispiel gibt sich absichtlich keine mühe sich irgendwie in die gemeinschaft einzufügen im gegenteil er sondert sich immer ab und am schluss ist er dann so ein bisschen ach gott was wollen die mir jetzt schenken die kennen mich doch gar nicht und so und ich habe denen doch nie was erzählt aber er hat sich halt auch nie was von denen erzählen lassen und und wieso verachtet er sie so dafür wenn er es doch selber nicht zugelassen hat also das ist jetzt so eine sache das ist halt ist halt keine einwandstraße und ja ich finde das nicht okay weil wie gesagt meiner erfahrung nach sind die kollegen eigentlich das beste an der arbeit und wenn man da ein paar leute kennenlernt mit denen man sich gut versteht man muss nicht super befreundet sein aber einfach nur ja sich auf die leute einlassen und die machen einem den tag dann doch irgendwo schöner und süßer und das finde ich halt echt schade weil er ist wirklich die ganze zeit nur brastig aber er ist brastig auf das system aber er lässt es an den leuten auch aus und ich glaube dass seine erfahrung auf der beton insel wesentlich entspannter sein könnte wenn er sich halt weil seine einstellung ändern würde also wenn ich da jeden morgen hingehen würde mit so einem hals ja dann würde ich auch so ein buch schreiben aber ja es ist es ist halt so seine art die welt zu sehen und ich finde das nicht immer also es ist nicht immer sehr verdienlich man muss sich das nicht schönreden aber was er da macht ist wirklich extrem muss vielleicht noch dazu sagen dass dieses kapitel über den arbeitsplatz hauptsächlich sich um büroerbeitsplätze dreht sprich wenn ihr jetzt keinen bürojob habt sondern sagen wir mal schichtarbeit macht oder eine fabrik arbeitet oder in einem krankenhaus pflegeheim was auch immer trifft einiges nicht so ganz auf euch zu und ihr könnt einiges von dem was er da vorschlägt nicht umsetzen aber es gibt durch auch einige vorschläge die man bei jeder art von arbeit machen kann zum beispiel wie man das pendeln einschränken kann viel besser ist das kapitel über die arbeit hat mir das kapitel über das zuhause gefallen seine these ist dass ein dass das zuhause kein ort des konsum sein soll sondern ein ort wo man sich selber entfalten kann es soll kein boxenstopp von der arbeit sein wo man sich einfach nur erholt und am nächsten tag weiter zu arbeiten aber es soll auch kein ort sein wo man sich total zurückzieht und sich mit sachen um umgibt und man seine seine butze gar nicht mehr verlässt so soll das auch nicht sein wenn zum beispiel sehr schön sein kapitel über seine wohnung in glasgow wie er die gefunden hat wie er sie eingerichtet hat ohne viel geld teilweise in dem freunde ihnen geholfen haben und ja wie er da kreativität und seine persönlichkeit eingebracht hat er redet übrigens auch in einem kapitel kurz über den minimalismus auf youtube das fand ich natürlich sehr interessant und beschwert sich darüber dass der minimalismus auf youtube so also dieses image hat dieses kleine weiße galerie artige dieses perfekte und er sagt das ist halt nicht meins ich bin mehr so der der minimalist der eine patina zu schätzen weiß also er hat keine weißen wände und keine weißen möbel und er hat mehr so second hand sachen und halt sachen die die er liebt und auch farbige sachen also fand ich sehr interessant das kapitel mal so durch die augen von jemand anders darauf zu sehen er redet halt darüber wie man die wohnung sich einrichten kann über hobbys auch übers putzen er ist der meinung dass man selber putzen sollte und das nicht anderen überlassen sollte über finanzen redet ihr übers kochen übers essen über das gäste empfangen und er hat auch ein kapitel was den kontroversen titel hat haustiere lassen ihre wohnung nach kacke riechen ja also ihr könnt euch denken er hat keine haustiere ja sehr hübsch fand ich allerdings auch wie er darüber geredet hat dass wir alle angestellte haben und zwar sind das zum beispiel bibliothekare bademeister chauffeure gärtner also öffentliche angestellte die sozusagen die öffentliche zugängliche infrastruktur verwalten und für uns aufrechterhalten und die man kostenlos nutzen kann sei es dass man den park geht sei es dass man die bibliothek geht sei es dass man öffentlichen nahverkehr nutzt dieser letzte teil wie gesagt hat mir wesentlich besser gefallen als der erste diese hastriaden die er im ersten teil hat die haben bei mir nicht so wirklich gewirkt ich persönlich möchte jetzt lieber positiv überzeugt werden deswegen man muss sich entweder darauf einlassen oder man muss den stil mögen ich fand es gerade den ersten teil fand ich sehr anstrengend zu lesen weil man von dieser negativen lawine immer wieder überrollt wird nichtsdestotrotz ich finde dass seine grundgedanken durchaus richtig sind aber ich muss sagen als ich den titel gelesen habe das gute leben das ist so dass so ein wohlfühltitel und ich habe gedacht danach fühle ich mich gut aber ich habe mich eigentlich nicht gut gefühlt nach dem buch so richtig sondern ja es war es war nicht schön also es hat kein gutes gefühl bei mir verursacht sondern eher so dein leben ist scheiße aber versuchen wir das beste draus zu machen und dazu muss man natürlich auch sagen dass ich gerade in kurzarbeit bin also gerade nicht im büro und ja also dass das war vielleicht nicht die beste kombi ja weil wir müssen irgendwie alle dankbar sein dass wir unsere jobs noch haben in dieser globalen krise aber gut abgesehen davon es ist auf jeden fall ein interessantes buch und wenn euch dieses thema irgendwie reizt dann solltet ihr euch auf jeden fall das mal vornehmen und euch eure eigene meinung bilden ich hinterlasse euch mal den link zu seinem ersten buch und seinem zweiten buch und ihr könnt ja mal schauen was die leute da so schreiben und euch eure eigene meinung bilden und ja vielleicht liest es ja vielleicht lasst ihr es ich weiß es nicht auf jeden fall hier habt ihr einen kleinen einblick in das buch gekriegt ich würde sagen damit ist diese rezension beendet wir sehen uns im nächsten video bis dann tschüss 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 tschüss